Hallo zu diesem Video und zu meiner 30-Tage-Aufräum-Challenge. Für noch mehr Tipps für Ordnung im Haushalt und Büro schau dir auch meine Bücher an und auch auf meinem Blog findest du zahlreiche Tipps und Vorlagen. Alle Links sind in der Beschreibung. Möchtest du gern ausmisten, aber eine große komplette Aufräumaktion ist dir zu aufwendig, dann könnte diese 30-Tage-Aufräum-Challenge eine gute Möglichkeit für dich sein, trotzdem deutlich mehr Ordnung in dein Zuhause zu bringen. Und so gehst du vor. Überlege dir zunächst, wann du anfangen möchtest. Das muss nicht der erste eines Monats sein. Obwohl das vielleicht nahe liegt und auch durchaus Sinn machen kann, kannst du theoretisch an jedem beliebigen Tag anfangen. Richte dich am besten nach diesen Kriterien. Was liegt sonst noch alles an? Wann habe ich die meiste Zeit? In welchem Zeitraum kann ich 30 Tage kontinuierlich an der Challenge arbeiten? Dass du wirklich Zeit für die Challenge hast und sie 30 volle Tage durchziehst, ist viel wichtiger als die Challenge, an einem Monatsanfang zu beginnen. Abhaken und durchstreichen. Drucke dir den Plan aus, den findest du auf meinem Blog, Link ist unten in der Beschreibung, und hake darauf ab, was du erledigt hast. So siehst du deine Fortschritte auch auf dem Papier. Du erkennst ganz einfach, wie viel du bereits geschafft hast und was noch alles ansteht. Und vor allem, wie die noch zu erledigenden Punkte weniger werden. Unterschätze niemals den psychologischen Effekt des Abhaken bzw. Durchstreichens. Bevor du anfängst, bereite dich vor. Bevor es wirklich losgehen kann, solltest du dich vorbereiten. Besorge Materialien, die du benötigen wirst. Vor allem wirst du Kisten benötigen, in denen du die aussortierten Dinge zwischenlagern kannst, bevor du dazu kommst, sie wegzuwerfen, zu spenden, zu verkaufen oder zu verschenken. Ganz wichtig, wenn du eine Kategorie bearbeitest, solltest du immer alle Gegenstände dieser Kategorie aus dem gesamten Haushalt zusammentragen, damit du wirklich alle Dinge dieser Kategorie aufräumst und ausmistest. Wenn an einem Tag eine Kategorie dabei ist, für die es bei dir zu Hause keinen Bedarf gibt, dann suche dir eine andere Kategorie, die zu deiner Situation und zu deinem Haushalt passt. Fangen wir an. Tag 1 Wir fangen mit einer einfachen Kategorie an, mit Zeitschriften und Magazinen. Schau alles durch und werfe Zeitschriften und Magazine weg, die du nicht mehr benötigst. Tag 2 Wir bleiben bei Papierkram und müssten alle unsere Gebrauchsanleitungen aus. Hast du Gebrauchsanleitungen für Geräte, die du gar nicht mehr besitzt? Weg damit! Tag 3 Dokumente, die es noch nicht in die Ablage bzw. den Papierkorb geschafft haben. Zahle Rechnungen, sortiere die Post und schau alle Dokumente durch. Was kannst du wegwerfen? Was kannst du erledigen? Was kannst du ablegen? Tag 4 Heute sortieren wir alle Stifte im Haushalt. Wirf endlich mal die Kugelschreiber weg, die längst nicht mehr funktionieren. Schau auch bei deinen Kindern doch, ob sie Stifte haben, die nicht mehr gehen, kleckern oder gebrochen sind. Tag 5 An diesem Tag gehen wir alle Medikamente und Erste-Hilfe-Utensilien, wie beispielsweise Pflaster, durch. Was ist alt? Was ist abgelaufen? Vielleicht solltest du auch ein neues Desinfektionsmittel bestellen? Tag 6 Heute sind Kosmetikprodukte, Creams und Make-up dran. Wirf alles weg, was du nicht benutzt oder was eingetrocknet bzw. abgelaufen ist. Tag 7 Schau alle Handtücher durch. Welche sind unbrauchbar? Vielleicht hast du auch einfach zu viele. Brauchst du sie wirklich alle? Tag 8 Ladekabel sortieren und ausmisten. Entsorge oder verschenke mehrfach vorhandene Kabel. Teste auch alle Kabel, ob sie noch funktionieren. Tag 9 Tassen und Gläser Hast du unschöne, angeschlagene oder zu viele Tassen und Gläser? Das gleiche machen wir an Tag 10 mit Geschirr. Teller und übriges Geschirr im Allgemeinen. Hast du unschöne oder angeschlagene Teller oder zu viele? Tag 11 Aufbewahrungsdosen Hat jede Dose einen Deckel? Sind alle Dosen dicht? Hast du zu viele Dosen? Tag 12 Sortiere deine T-Shirts aus und organisiere sie. Tag 13 Heute sind lange und kurze Hosen dran. Sortiere sie aus und organisiere sie neu. Tag 14 Röcke und Kleider aussortieren und organisieren. Tag 15 Misse die Socken und Unterwäsche aus. Achte auch darauf, ob wirklich jede Socke einen Partner hat. Tag 16 Schuhe aussortieren und neu organisieren. Tag 17 Heute gehen wir durch die Gewürzschublade. Sind alle Gewürze vorhanden, die du benötigst? Sind alle Gläser beschriftet? Sind die Etiketten lesbar? Sortiere alte Gewürze aus. Organisiere die Gewürze zum Beispiel alphabetisch. Tag 18 Nudel- und Mehlvorräte Sortiere aus, was abgelaufen ist, falls es nicht mehr gut aussieht. Sortiere ältere Vorräte nach vorn. Fehlen Vorräte? Schreibe es auf den Einkaufszettel. Tag 19 Dosen und Konserven Sortiere aus, was abgelaufen ist, falls es nicht mehr gut aussieht. Sortiere ältere Vorräte nach vorn. Fehlen Vorräte? Schreibe es auf den Einkaufszettel. Tag 19 Tag 20 Heute ist der Kühlschrank dran. Räume ihn aus, misse aus, was alt ist, putze ihn komplett und räume ihn wieder ein. Tag 21 Bücher ausmisten und neu sortieren. Tag 22 Bettwäsche aussortieren. Tag 23 Putzmittel und Putzlappen. Tag 24 Tag 26 Weil das wahrscheinlich ein großes Kapitel ist, nehmen wir uns hier für zwei Tage Zeit. Also auch an Tag 26 digitale Fotos. Tag 27 Alter Papierkram, alte Postkarten, alte Postkarten, alte Einladungen, alte Eintrittskarten und so weiter. Tag 28 Heute sehen wir uns unsere abgelegten Dokumente an. Auch hier kann man ab und zu durchschauen und entsorgen, was nicht mehr aufbewahrt werden muss. Zum Beispiel alte Quittungen oder alte Rechnungen. Tag 29 Heute sind Dekoartikel dran. Schau durch deine Dekogegenstände, ob du welche loswerden kannst. Beim Durchschauen kannst du sie auch gleich abstauben. Und Tag 30, jeho, wir sind fast fertig. Taschenkoffer und Reisetaschen. Vergiss nicht den Plan runterzuladen, den findest du auf meinem Blog. Link ist in der Beschreibung. Tag 30, jeho, wir sind fast fertig. 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 Tag 30, jeho, wir sind fast fertig.